585 ep zu level 3 ok sehr schön gemacht das muss ich verteidigen das ist ägyptisch mag dass das ist ja das ist ein wie heißt das ein tor wo kann ich denn hier was sitzen hier kann übersetzen ja und wie wow das ist so scharf das zeug kommen hier raus ach so ich habe kein geld ein upgrade kann ich wille springen ach da kann ja noch aufmachen okay ach da kann ich den sogar ok da kommen die ok sehr ungewohnt weil man nicht einfach ziehen kann ein bisschen komisch scara ruler der andere das ist richtig ich werde mein bestes tun dann versucht hier richtig ein ding zu machen die haben versucht die richtig eine story draus zu machen ok warum ist das geld mein gott sind die schnell aber sie da angegriffen werden können wahrscheinlich wo hast du denn das gefunden ich verstehe dich ganz schlecht wir müssen wir unbedingt was machen dass man dich besser versteht wir haben noch diesen einen namen diesen anderen sprach kanal von johnny ich habe was in die mitte gesetzt oh haaa das ist ja ein ding da werden die dann ein bisschen aufgehalten das ist halt viel geklicken das ist nicht ganz so spielbar wie das andere es ist halt viel geklicken das kann man taktisch richtig gut nutzen dieses hinternis wenn die maps ein bisschen besser kennen ist es nicht zu laut wenn es zu laut ist sagt das einfach kann das dann hier individuell leiser machen ob ich habe 1000 ich kann das alles gar nicht aus aus ausgeben sehr interessantes spiel so 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 so